Hallo Freunde, ihr habt euch schon lange gewünscht, dass ich mal ein Lucky Block Battle mache. Und zwar mache ich jetzt mit Dandy. Komm mal raus da jetzt. Yeah, was geht? Debüt Lucky Block beim Bufflo auf dem Kanal. Genau. Und wir haben hier einmal einen Bufflo-Toiletten-Lucky Block. Den hat Dandy auch. Und da ganz hinten ist ein Dandy-Lucky Block. Also bleibt dran, um es nicht zu verpassen. Wir machen das halt Fairness halber. Jeder kriegt gleich viele Blöcke. Er kriegt auch ein paar Bufflo-Blöcke, ein paar Dandy-Blöcke. Und am Ende machen wir einen epischen Fight. Und der Gewinner wird natürlich ich sein. Oh ja, das werden wir ja sehen, wer am Ende gewinnen wird. Aber lass mal schauen, wer von uns mehr Glück bei den Blöcken bekommt. Ja, ich werde natürlich mehr Glück bekommen, Leute. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Wissen mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und in der Videobeschreibung ist auch unser Discord verlinkt. Und es hat angefangen zu regnen. Mach weg, alles gut. So, dann würde ich mal den ersten Lucky Block öffnen. Und? Okay. Ja, nichts zu Gutes bekommen. Ich schmeiß das direkt weg. Boah, ich hab schon ein paar Diamanten oder so. Ich hab schon ein paar gute Sachen bekommen. Eine awesome Blutsche. Okay, ein paar Diamanten. Nochmal Lucky Blöcke. Okay. By the way, wollen wir eine Regel aufstellen? Okay, und welche Regel meinst du? Es gibt ja auch unter anderem auch Shade-Items in diesen Blöcken. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Shade das OP-ste in ganz Minecraft ist. Ist ja wirklich das stärkste, was es gibt. Wollen wir machen, dass alles, was wir an Shade bekommen, wir wegwerfen? Weil es echt so übertrieben OP ist. Ja, okay. Lass uns die Regel aufstellen. Sonst machst du... Wenn wir beide full Shades sind, dann gibt's keinen Gewinner. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, da hast du recht. Ah! Okay. Es ist dunkel, oder? Ja, ich hab ja auch so Endermans gespawnt. Nee, das war ich, glaub ich. Denkst du? Okay. So. Es war auf jeden Fall einer von uns. Ja, ich hab schon ein Riesenschwert bekommen. Okay. Ich werd dir einen der Meinung einfach nicht anschauen und ich mal geb... Oh mein, ich könnte theoretisch... Buflo, wir könnten theoretisch ins End gehen, ne? Ich hab ein Endportal. Ja, aber was ist eigentlich das? Ah! Nein, ich bin im End! Nein! Buflo! Kommst du jetzt da gar nicht mehr raus? Oh, ich warte jetzt schnell. Ich DP mich zu dir. Geht das? Ja, müsste eigentlich. Moment. Oh nein! Was hab ich getan, Buflo? Moment! Gib mir kurz eine Sekunde. Ach, Dandy, Dandy, Dandy. Ich mach das schon kurz. Ich one-heated kurz den Drachen. Ich bin kurz gewone-heated. Ich komm jetzt wieder zurück. Haha! Er hat einfach den Drachen besiegt. Ja. Hörst du das, dass er tot ist? Ja, hör ich gerade. So, ich nehm die ganze OP. Hier rumliegt. Perfekt. Oh, ich hab schon ein paar OP-Sachen. Und hier ist einfach ein Lucky Block in der... Ein normaler Lucky Block im End. Ah! Da bin ich einfach umgebracht. Okay, ich komm wieder zu dir. So, ich mach trotzdem weiter. Ich warte nicht. Ich hätte mich auch einfach umbringen können da. Aber okay. Äh, ich geh wieder zurück. So. Wo bin ich hier? Du musst jetzt dich mal ein bisschen beeilen. Ja, ich bin halt dem ins End gefallen. Hallo? Das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Nicht alle Tage? Wie lustig seh ich denn aus? Was hab ich denn hier für ein Zaubermütze auf? Oh. Ich hab ein kleiner Hund. Ja, hallo. So. Der erste Rüstungsteil hab ich hier schon mal bekommen. Ich muss jetzt ein bisschen aufholen. Okay. Was hab ich denn hier bekommen? Oh, ich hab einen Trank. Potion of Damage Reflexion. Das heißt, ich reflektiere Schaden von dir, wenn ich den trinke. Okay, das ist nicht schlecht. Das klingt nicht... Das klingt schon stark. Das klingt schon stark. Ich hab hier eine Waffe, die schon ziemlich okay ist. Ich will wieder das gleiche bekommen. Okay, let's go. Ich krieg immer die ganze Zeit diese gleiche Hose. Okay, ich hab endlich mal ein Schwert hier. Und wieder den Schuhen. Soll ich mit den Schuhen? Ich hab ein paar richtig nice Tränke. Also bei mir ist richtiger Potion Run. Ich hab so viele Tränke. Das ist echt krass. Wir haben eingeholt. Ich hab aufgeholt. Perfekt. Oh, du hast eingeholt? Okay, dann muss ich mich beeilen. Äh. Nice. So. Hilfe. Star Slicer! Let's go! Buffy, guck mal, was ich bekommen habe. Den Star Slicer. Ich hab hier gerade ein Problem mit Creepern. Ja. Ich helf dir. So, perfekt. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ah, hab ich dich besiegt? Mit dem Schwert. Ich hatte nur ein halbes Herz. Ich weiß, deswegen ja auch. Das ist ja was Lustiges. Ich kann ja fliegen, das stimmt. Wie ein Star Slicer. Ei, 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 ei. Oh, ich hab keinen Schaden. Okay. Okay. Oh, nochmal so ein Schwert bekommen. Oh, Kito. Kippo, Flömo, Lö. Es geht gar... Oh, Jetboots. Die sind nice. Da kann ich fliegen, glaube ich, oder? Ja, ich kann fliegen, obwohl ich im Game of Survival bin. Perfekt. So, ich kann auch fliegen. Ich nehm mal die Pfeile mit. Warum dauert es so lange? Ah, endlich mal eine Hose. Ach, endlich mal eine Hose gefunden. So, das brauch ich nicht. Und jetzt nochmal eine Hose. Perfekt. Die beeilt sich ja richtig. Ja. So. Und den Helm. Perfekt. Ich weiß nur nicht, welcher besser ist. Wir beiden mal alle. Oh, ich hab hier wieder... Ich hab ne... Weißt du, was ich in der Kiste habe, Buffalo, hier? Was ich bekommen hab? Was denn? Zehn Endportals und zehn Eye of Ender. Nee, nee. Nicht nochmal. Nee, ich mach kein Endportal. Alles gut. Den Drachen eh schon besiegt. Also von daher... Wieder so ein riesiger Lucky Block. Oh, ein bisschen... Ah, perfekt. Bisschen Essen. Okay. Dann das weg, das weg. Ich muss sagen, ein Schwert fehlt mir grad noch. Ein Schwert? Du hast doch einen Starslicer, oder nicht? Ja, der macht von wegen Schaden. Okay. So, komm ich hier irgendwie nochmal raus? Ah, ich kann ja... Ich kann ja fliegen. Vergess das immer. Äh, das, das, das. Das kann weg. Das kann auch in Inventar rein. Das brauch ich ja nicht. Okay. So. Okay. Perfekt. Wir fliegen hier mal. Kurz so hin. Dann gehen wir hier hin. Das weg. Nice. Okay. Ich hab voll die schlechten Sachen bekommen, diesen Run. Ich hab's geschafft. Oh mein... Was? Ach, du bist schon oben. Ich hab doch... Ich warte hier die ganze Zeit, weil ich denke, ich hab schon... Ich war einfach gewartet, weil ich dachte, du wärst so hinter mir. Nee. Nee. Und jetzt geht's zu den... Dandy-Toilettenblöcken. Mal sehen, wie gut die sind. So. Jetzt los. Okay. Wollen wir mal abchecken, was denn hier drin so drin ist. Okay. Okay, ich hab schon direkt hier wackelt. So. So. Mach das. Zack. Hö. Wow. Bist du draufgegangen oder nur ich? Beide sind draufgegangen. Krass. So. Einmal abbauen. Hey. Okay, ne Werkbank, die nehm ich. Diese Axt. Ich brauch die nicht. Ein Helm, den zieh ich an. Hey. Mach doch nicht alles kaputt. Das sind meine Lucky Blattes. Sorry, aber... Das ist halt nun mal jetzt passiert. Kann man nix ändern. Oh, noch mehr von den Dingern. So. Äpfel? Okay. Ja, ja. Ich hab auch die ersten Äpfel hier bekommen. Was sind das für welche? Okay, Omega Apfel kann man essen, Leute. Ja, Shade ist verboten. Oh, okay. Habst du das gehört, Buffalo? Was hab ich gehört? Zählt dieser Bogen? Das ist ein Shade-Bogen, ne? Der zählt, ne? Weg damit, oder? Alle, wo der Name Shade drin ist. Auch der Shade-Apfel. Okay, Shade-Bogen weg. Sorry, dass ich es gerade erledigt hab. Und es leckt hier, weil hier tausend Raketen in die Luft fliegen. Was passiert da? Sorry, aber ich hab hier gerade tausend Meter Sterne bekommen. Boah. Alter. War richtig. Der Server hat gehangen. Oh, wieder ein Shade-Item. Immer wenn man ein Shade-Item bekommt, dann donnert das kurz, ne? Ja. Nie aufgefallen. Aber weg damit. Das ist ja nicht erlaubt. So, die Hose anziehen. Perfekt. Und weil Buffler natürlich ein Spielverderber ist. Spaß. Ich find's auch viel besser, ohne die Shades zu haben. Weil die Shades sind halt mega langweilig. Viel zu übertrieben stark. Ich hab bis jetzt auch noch gar keine Shades-Sachen bekommen. Ja, ich geh die ganze Zeit wieder Brustplatte. Ich glaub, wenn wir ohne diese Regel, hätt ich dich komplett geowned, ey. Easy. Ich brauch noch ein Schwert. Ich brauch noch ein Schwert. Und ich hab noch gar nicht so was Geiles, was du hast. Ist das jetzt wieder so ein Shade? Nee. Und. Perfekt. Dann hier noch diese paar Blöcke. Ich brauch nur eine. Nein, das fällt einfach runter. Okay, die App bedarf ich eh nicht. So, die Shade dafür wegnehmen. Okay. Nee, die behalte ich mal. Die sind, äh, bin ich mal gespannt, was das sein könnte. Ist das ein gutes Schwert? Ja. Wie viel Scherpnis? Shade darf ich nicht? Ah, Shade. Ich hab so viele Shades-Sachen jetzt bekommen. Und das darf ich alles nicht. Musst du alles runterwerfen. Alles weg. Ja, schmeiß ich auch weg. Komm, ich brauch jetzt noch ein paar Sachen hier. Die Äpfel darf ich? Oh, eine Shades-Schaufel. Ich glaub's nicht. So, ich schmeiß mal alles weg, was ich nicht brauche. Shade-OP-Äpfel, weg damit. Schnell ein Essen. Nein, Spaß. Äh, direkt weggeworfen. So, das kann auch weg. Das ist weg. Die behalte ich mal. Dann machen wir weiter hier. Ich hab keine Axt. Okay, den behalte ich auch mal. So. Ähm. Wow. Das ist ein Inventar. So. Okay, diese Shade-Axt brauch ich auch nicht. Also darf ich nicht. Oh, nice. Nice, 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 nice. Okay, okay, das Scherp darf ich nicht aufsamen. Weil, wenn ich das in der Hand bekomme, ist es vorbei. Shade-Apfel auch nicht. Warum krieg ich jetzt nur Shades-Sachen? Die darf ich doch nicht alle. Ich hab auch voll viele Shades-Sachen bekommen. Ich musste die alle wegwerfen. So, dann nur noch die letzten drei Blöcke. Danach gibt's den ultimativen Kampf. Also, ich bin noch nicht so weit wie du. Ich brauch noch ein paar Blöcke. Äh, was hab ich denn bekommen? Nein. Ein Shade-Herzgewerb. Auch weg. Alles mit Shade weg. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Item gesehen habe. Und ich fliege hoch. Wo bleibst du denn? Ja, warte. Entspann dich doch mal. Ich seh dich gar nicht. Ach, da kommt er angeflogen. So. Ich hab mir extra nix gecraftet. Ich hab nur die Sachen, die ich gefunden habe. Ich hab gar keine Brust gefunden, seh ich gerade. Ja. Okay. Nice. 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 Komme. Ja, den esse ich mal schon mal. Dann dahin. Alter, kann ich hoch... Äh, schöpfen. Oh. Ist das auch ein Shade-Item da vorne? Frag mich das kurz. So. Okay. Ich muss mal kurz was checken. Wofür ist das hier ein Shade-Item? Es hat das Wort Shade nicht drin. Was meinst du? Warte, ich komm mal... Ich hab ein Item da... Es ist kein Shade-Item. Komm mal kurz mit Game of 1. Meins? Ne. Achso, dieses Schwert meinst du? Es ist kein Shade-Item, Buffalo. Okay, aber bei dich mal. Okay, ich rush die jetzt alle hintereinander. Wow, ich bin so schnell, Buffalo. So. Wow. Brauch ich nicht. Ich brauche hier gar nix mehr, Buffalo. Ganz ehrlich, ich rush jetzt. Okay, ich warte schon unten auf dich. Ich brauche diese Blöcke gar nicht mehr abbauen, weil ich werde gewinnen. Ja, ja, jetzt komm her. Du wirst verlieren. Ich muss mal kurz diese... Deine Jet... Habe ich meine Jet-Dinger nicht mehr? Ey, ich komme, Buffalo. Es tut mir leid, es tut mir leid. Alle, alle Zuschauer hier. Es tut mir doch alles leid hier. Okay. Okay. Wo bist du? Bei der Arena? Bei der Arena unten. Komm her. Laust du es ziemlich schnell. Warte, schimm mal. Ah, du musst noch alles essen. Okay, okay. Ich verstehe schon. Ich brauche gar nix. Ich besiege dich auch so. Komm her. Ja, komm her. Was ist das da mit Camps? Ja, ich habe hier. Okay, okay. Oh, ciao. Ciao. War das ein Shade-Apfel? Nee, das war kein Shade-Apfel. Das war... Das war was Besonderes. Das war so ein OP, äh... Ja, du kriegst gerade keinen Schaden. Warum denn? Warum kriege ich keinen Schaden? Meine Waffe macht eine Million Schaden. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Warte, ich gucke mal im Tal, ob ich noch irgendwas drin habe, was nicht drin sein soll. Alles gut, alles gut. Probier jetzt mal. Alles gut. Du bist unbesiegbar. Ich habe aber... Meine Rüstung ist schon kaputt. Liegt das echt an den ganzen Äpfeln, die ich gegessen habe? Ja. Oha, kann ich dich dann besiegen? Ich habe aber auch Äpfel drin. Okay, okay, okay. Okay, du fliegst richtig weit weg. Komm. Du fliegst richtig weit weg. Back here! Da bin ich in Frieden! Okay, es ist, glaube ich, ein Unentschieden, Leute. Nein, es ist kein Unentschieden. Doch, es ist ein Unentschieden. Hey, jetzt keine Shade-Sachen. Aber, Leute, Danny schummelt jetzt mit seinen Shade-Sachen. Nein, ich brauchte mir wieder meine rote Rüstung. Kein Schummler. Ja, es ist ein Unentschieden. Wir können da echt nichts machen, Leute. Aber meine Waffe macht doch drei Milliarden Schaden. Ich weiß es doch auch nicht, warum das so ist. Aber ich mache jetzt die Abmoderation. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt mir das Kommentar, gebt dem Video einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!